Ok, heute wieder von der DanceCon. Ich bin Lütte. Du bist? Danke. Du bist? Ich bin Lisa. Sehr schön, die Kostüme habt ihr da. Wie lange habt ihr dafür getraut? Ich bin nicht so groß. Nicht schlecht. Ich habe insgesamt zwei Cosplays für die Ferien gemacht, also es war neugierig. Gut, und wie gefällt euch die DanceCon? Ja, es ist toll, es gefällt mir auch ganz toll. Letztes Jahr war eindeutig mehr zu testen. Dieses Jahr ist ein bisschen langweilig. Ich war letztes Jahr auch hier und dann war mir doch gut dabei. Aber es gibt auch jetzt noch sehr schöne Spiele. Und was habt ihr vorhin noch heute? Heute sind wir zu kurz, denn wir waren gestern zu spielen da. Ach so. Na dann bin ich bei seinem lütischer Spenden auf viel Spaß. Schönen Tag vor. Und euch auf die Nase.